Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin und Ethereum tun sich ganz ehrlich fast gar nichts. Das ist wirklich öde, deswegen habe ich vorhin schon in der Telegram-Gruppe so ein kleines Come on, do something gepostet. Ja, man muss ehrlich sein, es tut sich einfach fast gar nichts im Chart. Das ist ein bisschen, sag ich mal, verwirrend. Pole hat sich gestern ein bisschen negativ geäußert, auch dass die Zinsen nochmal ein bisschen höher erhoben werden könnten, in Anführungszeichen. Es kommt natürlich jetzt auch auf die Zahlen, die am Freitag sind, da werden die Non-Farm-and-Payrolls, also NFPs, bereitgestellt. Das könnte vielleicht auch nochmal ein bisschen Auswirkungen haben, dann auf die nächste Fettsitzung. Aber wie gesagt, es tut sich vom Chartbild her wenig. Trotzdem gibt es ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall ansprechen sollten. Doch bevor wir starten, wie immer gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, gerne auch natürlich den Zweitkanal abonnieren. Und ja, in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoin, wenn ihr Bock habt. Gerne Link unten in der Videobeschreibung folgen, dann kommt ihr da rein. Und heute Abend um 19 Uhr, wie immer, Livestream. Gut, und damit würde ich sagen, verplempern wir keine Zeit, gehen wir direkt in die Chartanalyse rein. Wie gesagt, Pole hat sich gestern ein bisschen negativ geäußert, zwecks den Zinsen. Ich gehe ja schon seit der letzten Sitzung davon aus, dass wir mindestens noch zwei 0,25% Erhöhungen kriegen. Danach hat es sich auch gestern angehört, die Futures wiederum preisen mittlerweile sogar 0,5% ein. Also da tut sich schon einiges. Könnte dann natürlich wieder positiv sein, wenn man einfach sagt 0,25%. So, jetzt aber zurück in den Chart. Wir haben dadurch gestern eine ordentliche Volatilität im 1-Stunden-Chart gesehen. Kurzer Wick runter in Richtung 21,9. Haben uns das T4 geholt, war aber viel zu viel Volumen, was wir hier eben gebildet haben. Deswegen war es nicht unwahrscheinlich, dass wir uns das nochmal holen. Sind dann heute Nacht nochmal auf 21.850 US-Dollar gekommen. Bullish Divergence momentan ausgebildet und jetzt konsolidieren wir hier. Und man muss dazu sagen, um 16 Uhr spricht wieder Pole, also könnte wieder ein bisschen Bewegung dazu kommen. Ich gehe aber ganz ehrlich nicht davon aus, dass wir jetzt dramatisch abverkauft werden. Also ganz ehrlich, ich sehe maximal momentan die 21.500 bis 21.300 US-Dollar. Die Long-Position läuft noch, muss ich dazu sagen. Und ich werde die auch erstmal nicht schließen. Also für mich weiterhin eher noch im Long-Modus, solange wir hier oben nicht diese Mauer bei 23.200 US-Dollar abgeholt haben. Wir haben hier die meiste Ineffizienz. Wir haben hier oben eine Menge Short-Volumen, was es noch zu fischen gibt. Und der Markt hat hier unten schon sehr, sehr viel akkumuliert. Hat sich das tief geholt, hat sich das tief von gestern geholt. Also es gibt unten nicht mehr viel zu fischen, außer bei den 21.500 US-Dollar. Was ich eben jetzt momentan nach jetzigem Stand auf jeden Fall noch für möglich halte. Je nachdem, was Pole dann jetzt eben nochmal sagt. Kann natürlich auch sein, gestern das Barisher gesagt. Heute dann wiederum das Bullische. Wer weiß das schon, es sind alles Wahrscheinlichkeiten, von denen wir hier ausgehen. Aber an sich hat sich halt die letzten Tage wenig geändert. So ehrlich und fair muss man sein. Man braucht hier nichts überdramatisieren. 22.500 bis, wie sagt es mal, 21.900. Das ist so die grobe Range, in der wir uns befinden. Ein richtiges Breakout gab es noch nicht. Wir blicken mal ganz kurz auf den Daily-Timeframe. Wie sieht es da aus? Wir hatten zwar einen Wig darunter, wir haben aber immer noch kein tieferes Tief. Das heißt, der Trend, für mich persönlich, weiterhin in Gang. Der würde erst gebrochen werden, wenn wir hier diese 21.500 nachhaltig durchbrechen. Das ist nur eine Linie. Wir bilden weiterhin höhere Tiefs, sollten wir hier jetzt einen Bounce sehen. Wir haben eine Hidden Bullish Divergence auf dem Daily-Timeframe. Also es tut sich schon, was Bullish anbelangt, schon viel. Aber wir dürfen das auch nicht ein bisschen zu überstrapazieren. Wie gesagt, ich bin long, was das kurzfristige Ding erstmal angeht, bis 23.200, das ist so mein Hauptziel. Aber wir haben gesagt, okay, bei 22.800 nehmen wir die ersten Take-Profits. Und jetzt schauen wir uns das alles gerne mal an, was Paul jetzt später nochmal zu uns sagt. Im 4-Stunden-Timeframe, gleiches Spiel, auch hier so eine minimale Bullish Divergence. Also es spricht schon eher ein bisschen dafür, dass wir nochmal ein bisschen steigende Kurse sehen. Aber wie gesagt, das Hauptszenario, was ich jetzt kurzfristig sehe, nochmal ein bisschen tiefer bis maximal 21.200. Danach muss man echt mit Vorsicht genießen, weil wir hier unten eben noch diese Ineffizienz haben. Die könnte noch gefüllt werden. Und dann eben das Reversal, zumindest hier hoch in den Bereich der 23.200. Das ist jetzt erstmal der grobe Fahrplan. Kurzfristig, Daily, weiterhin Abtrend intakt. Daily Hidden Bullish Divergence, das spricht auch eher für steigende Kurse. Also wir warten jetzt erstmal ab, was sich jetzt hier die nächsten Stunden tut. Und würde sagen, wir blicken zu Ethereum. Hier ganz ehrlich, auch wenig Veränderung. Ich bleibe jetzt erstmal bei dem Plan, zumindest, dass wir hier ins Golden Pocket hochgehen. Wir haben gestern schon mal darüber gesprochen, so eine Art Bärfleck, die sich bilden könnte. Und jetzt guckt euch mal den Ethereum-Chart an. Wir haben uns auch hier nur diese Tiefs nochmal geholt. Alles momentan noch in Gange. Wir sehen hier noch weniger Volatilität als bei Bitcoin. Also so eine lange Phase hatten wir lange nicht mehr. Außer in dieser riesigen Konsolidierungszeit, die wir vor Weihnachten hier unten hatten. Also wenn wir das hier mal ein bisschen vergleichen. Nicht mal hier hatten wir so wenig Volatilität. Also sehr, sehr wenig Los momentan kann natürlich dann auch beides Short- und Long-Liquidation bedeuten. Also es gilt weiterhin vorsichtig zu sein. Auch hier läuft die Long-Position noch mit einem Stop-Loss hier unten bei 1513. Auch da hat sich nichts geändert. Das Einzige, was ich mir auch hier noch kurzfristig vorstellen könnte, ihr seht hier diesen Wig hier unten. Den könnten wir noch füllen später bei der Pole-Rede. Heißt nochmal ein Wig runter bis in die 1535, wo man eine zweite Order wartet. Und dann zumindest hoch ins Golden Pocket. Mehr gibt es nicht zu berichten. Also wie gesagt, ich brauche das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ethereum noch weniger Volatil als Bitcoin. Bitcoin in der Konsolidierungsphase. Es ist aber viel zu verlockend, dass wir uns diesen Wig hier oben nicht holen. Und dann erst nochmal ein Leg-Up nach unten hin machen. Und das sehe ich auch. Wie gesagt, weiterhin noch. Ich sehe bei Bitcoin noch die 18 bis 19k mittelfristig. Zumindest noch als Chance. Und auch bei Ethereum sehe ich hier unten noch diese 1440 bis 1430 US-Dollar. Aufgrund dieses Voids, was wir hier drüben noch haben. Also es spricht kurzfristig eher für Bullish. Länger- oder mittelfristig sagen wir mal, doch nochmal für einen größeren Abverkauf. Dann blicken wir mal noch rüber kurz zu den Altcoins. Und zwar Cardano hat ja einerseits unseren Entry hier perfekt abgeholt, wo ich in der Gruppe geschrieben habe. Take Profit genommen. Stop-Loss Entry wurde jetzt ausgestoppt. Ich bin aber hier ganz ehrlich überlegen, bin aber noch unsicher, ob ich hier noch ein Signal reinposten soll, ob wir hier nochmal einen Long probieren sollen. Ich würde ehrlicherweise oder fairerweise abwarten, wie die Pole-Rede ist. Gegebenenfalls sogar nochmal einen kleinen Short-Entry probieren. Das Gute ist, was man jetzt auch hier im Einstunden-Chart sieht, dieser Wig hier mit sehr, sehr viel Volumen wurde jetzt gerade wieder aufgefüllt, aber da kommt auch schon wieder einiges am Volumen nach. Also momentan nicht Long, eher gegebenenfalls hier oben, wo wir diesen Bereich haben, bei den 0,3290. Sogar eher einen Short. Wir schauen uns das mal ganz kurz vom Fib-Level an. Da kommt nämlich eine Menge Confluence hier oben zusammen, um dann gegebenenfalls den Downtrend nochmal ein bisschen fortzusetzen und hier runter ins Golden Pocket bei 0,31 US-Dollar sind abzuverkaufen. Das wäre auch nochmal für Spot und HODL-Intustiasten da draußen nochmal ein sehr, sehr interessanter Spot-Bereich, eben wegen diesen Golden Pocket und sonstigen Support-Zonen, die hier unten reinkommen. Gut, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Alt-Kümmenchen habt, schreibt sie einerseits gerne in die Kommentare unten rein und natürlich heute Abend um 19 Uhr beim Livestream habe ich genug Zeit, um eure ganzen Alt-Coins anzuschauen. Gut, das soll es erstmal zu den Charts gewesen sein. Wir blicken noch ganz kurz auf die News. Was ist Bitcoin? Bitcoin, das weiß, glaube ich, jeder. Trotzdem, lest euch den Artikel gerne durch. Und Uniswap Labs bringt eine mobile Kryptowallet an den Start. Also auch hier tut sich was bei Uniswap. Finde ich eigentlich ganz cool. Die Frage ist, wird es genutzt? Gibt es nicht schon viele, viele mehr Anwender, die das schon haben? Wie gesagt, wir hatten ja das Thema mit New Eternal Life, die auch eine mobile Kryptowallet haben. Aber gut, lest euch den Artikel, wie gesagt, gerne durch. Natürlich, Artikel müsste auch mittlerweile in der Telegram-Gruppe schon längst drinnen sein. Und ja, vielleicht noch ein kleiner Reminder. Seit heute oder ab heute läuft, wo haben wir es hier, die Bing-X-Aktion, ein Jahr Bing-X. Auch da geht heute los mit einem Quiz. Könnt ihr Punkte machen und dann am Ende der Woche werden die Gewinner ausgelost. beziehungsweise, was heißt ausgelost, die Gewinner, die hier die meisten Punkte erzielen. Und wer Bock auf Poker hat, Freitag ist dieses Pokerturnier. Mal gucken, ob ich vielleicht auch mitmache. So, damit genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir hören uns heute Abend zum Livestream wieder. Hoffentlich tut sich bis dahin ein bisschen mehr an den Charts. Like da lassen, Abo da lassen und wir hören uns später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.